Junge, zwei Minuten später finde ich diesen Knopf noch nicht mal zwei Minuten. Junge, Junge, Junge. Ich bin besser offline. Komm schneller weiter. So. Wo komm ich denn jetzt dahin? Das Kuckuck, hier sieht böse aus. So. Mein Kuckuck, die sieht auch böse aus. Ja, hast du recht. Ey, ey, ey. Äh. Okay. Der liegt schon länger hier. Boah, sieht ja auch krank aus, die... Was haben wir denn da über Lader? Schrotpflinze. Okay, dann haben wir alles. Dann gehen wir. Kann schnell reisen, aber hier geht schon. Die Dinger werd ich aber alle auch, ähm, offline. Ähm. Ich weiß, ob ich alle jetzt schaffe, aber so gut es geht, ne? Hallo. Ich brauche ein Auto, denn... Hey. Das wäre ein Auto. Ich bin auf der Straße, guck mal. Sponkatana wäre auch geil. Gibt's das hier im Spiel? Irgendwie. Ja. Wort rein. Wir suchen in der alphabetAuille. Nein, nein! Der kommt besser klar. Das ist wieder so einer. Ich brauche mich jetzt ein Auto wo kein... Ich meine es sind eh so nur 200 Meter. Ist das was überhaupt? Ne. Die müssen wir auf jeden Fall mal einnehmen. So. Da geht keine... Da geht auch kein... Wie nennt man das noch? Da geht auch kein Weg vorbei. Warte mal. Ach hier sind wir. Hier waren wir auch schon mal. Gucken wir mal. Ich glaube wir haben hier so krass viel. Ne. Oder sind so seltene Ressourcen. Fahrzeugwaffen. Ach so. Warte mal. Ah das kann man... Geil. Äh. Okay. Ist auch nötig. Das ist voll jetzt. Ne. Oh krank. Kann man hier nur eins wählen. Kann man hier nur eins wählen? Hm. Schade. Na ja. Was sind das? Ne. Ist auch noch. Eine Truhe. Was seh ich denn da? Oh. Hey. Ach so. Das war schon. Oh. Ach. Wir kommen raus. Scheiße. Ich treibe. Ich treibe. Hey. Was ist das denn? Nein. Ja. Soweit ich im Wasser bin. Löst sich das. Eigenartigerweise. Ist doch. Hallo. Also. Wir springen dabei. Guten Tag. Ich wollte nicht. Sie stören. Ich war das nur. Okay. Darunter. Darunter. Darüber. Ah ich sei. eingangs ähnlicher maus ist es okay ich weiß wie es kam einfach auf seine werkbank warum trägt sie eine sprengfalle manchmal müssen wir den wehtun die wir lieben nachdem sie uns gemacht hat aber erst muss ich sie reparieren mit einem krokohelm das bringt die vielie magie das ist meine daisy war doch klar die uns gefunden auch ja Ah, du heiliger. 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 Geil. Okay, wir haben es. Oh nein. Scheiß Nokia, Mann. Scheiß als Nokia. Komm schon da ran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rein! Oh, cool. Aber auch. Ich spürze die auf den 3. Ah, rein. Schlecken. Nein. 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 Das hat 6 mit dem. Ich muss eins runter. Aua. Ich muss da raufschießen. Ich muss ja weg. Jetzt! erledigt sie ist alles klar ich weiß mein herzliches beileid philly einsatz abgeschlossen diese daisy ja komm wir gehen mal was war das da mit der mission mit ich bock auf dem auf dem was gespannt was es ist das könnte man nämlich jetzt machen finde ich es nimmt kein ende es nimmt keine ich habe gehört dass du aber da war fram ist wenig wobei er hat das jetzt irgendwie gestuft krank ist das bitte ich meine ich lasse kann das auch gerne so lassen die hd textur in diesen das problem dann lasse ich das aus inzwischen ganz gut miteinander auskommt sehr gut ja er steht auf so gefährliche menschen aber du hast richtigeres zu tun besorgt mir ein militärflugzeug okay die ist auf jedem flugfeld und eine pitching maschine so wie auf dem baseballplatz sonst noch was auf deiner einkaufsliste soll ich dir noch ein paar bierchen mitbringen ich bin schon voll will ich nur dran denk pass aber auf die flugabwehr auf wenn du ja ok dass wir ihn mal hin zum kosten spielen wie bei verfügbar ist das schon das ist ja es sei denn du willst dass man dir Feuer unter dem arsch macht kann man so nicht spielen hey ich dachte doch eine meldung dass das draußen ist vielleicht später vielleicht ist es doch später wir müssen jetzt ganz woanders hin ja ok ich werde ein paar sachten hier übernehmen kommen wir zum beispiel hier das hier das ja dann bis gleich bis ja hier zu dem flyball heißt die nächste äh ist dann haut rein bis dahin ciao hallo leute es geht weiter mit far kree und hier ist das die flight strike nummer 3 du bist tot als nächstes ist paria 3401 dran ok ganz frisch vom feld mit gepäfferten schlägen wunderbar wunderbar mal sehen auf diese paria das blatt wenden kann sch 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 Hebt ja noch. Da ist noch hinten auf jeden Fall nur einer Ok wir haben die Pfeile wieder. Wunderbar Bremse kann man auflösen. Wunderbar Bremse kann man auflösen. Wunderbar Bremse kann man auflösen. Was haben wir denn hier? Ok. Die Schlusskarte hat wohl er. Was liegt denn hier so? Oh ging doch ganz gut ne? Äh wir müssen da hoch. Oh ja. Ok was war denn hier? Nichts wichtiges glaube ich. Ich verstehe eh so kein Spanisch. Hört sich nun geil an. Ich bin echt der Fan von Spanisch Musik alter. Das ist richtig cool. Ach du heilige. Ja. Pack das einfach mal ein. Pack sowas mal ein. Ist ja easy. Wohin müssen wir? Da unten. Ähm. Nur so ein Wagen. Wir müssen einmal da durch. Let's. Komm heri durch. Wohin. Hey. 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 Heyo. Hey. Heya. Wir sind da mal Wir sind da mal Oh oh weh Er fährt ein hier Was soll das? Wer sagt das denn? Hühner, guck mal Bam Da war was Bam Ein Panzer wär auch geil Wo ist denn das? Oh Oh, da war ein Stein Aiaiai Olaiaia Okay, fahren Oh Was ist das? Oh Das war auf der Derjenige, der eigentlich nicht Okay Bam Der ist gone, lässt grüßen Scheiße, kommen wir hier gar nicht durch Wie ein mieser Rappler Fahrer Ich weiß Oh, das ist klein Mann So Oh Ist noch fahrtüchtig Guten Tag Da ist es Wir können auch Rambo machen Ähm 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 Oh Lass Oh Steigen Oh 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 Ich hasse das, ne Gegner kommen immer in ungünstiger Weise immer Oh Oh Okay. Hey. Was ist da passiert? Keiner da. Hallo. Hey. Ich hab irgendwie nicht erwähnt. Bin ich damit? Ich glaub ich muss damit fahren. Darf ich dir fahren? Ich sollte das Flugzeug in Philly's Hangar bringen. Cool. Geist das der. Woah. 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 Das lässt sich aber richtig quenk steuern. Woah. Woah. Wieso schwenkt denn das so? Woah. Woah. Na gut Deswegen Das fährt von alleine Ich denke, ich drücke immer auf B Ich denke, hä? Aber das ist ja einfach nur nach oben Zieh Alles klar, muss man erstmal wissen Was ist denn A? Oh Oh, Landung Ja, ich bin da Hey Kann man jetzt nicht irgendwie Abbremsen Oh, es ist wunderschön, Heldin Zeit für etwas Fili-Magie Wir sehen uns im Lager Was hat der mit seinen Fili, Alter? Fili, Fili da, Fili da So Äh, warum war grad nicht? Was ist denn da hinten?